Raumforderung Bei mir oder bei dir? In dir oder in mir? Er, sie oder es? Im Menschen, im Tier oder in der Pflanze? Wo ist Gott zu Hause? Gott ist jetzt da, ich spüre sie ganz deutlich. Meine Katze liegt neben mir, auch da fühle ich ihn. Draußen vor dem Haus steht der Lindenbaum, dort rauscht es in den Blättern. Überall ist Gott. Gott schaue ich in den Spiegel, lächelt Gott mich an. Stehe ich im Supermarkt an der Kasse, schiebt Gott meine Einkäufe über den Scanner und kassiert. Fällt er draußen als Schnee, schiebt sie ihn beiseite. S. übernachtet unter der Brücke und bettelt tagsüber in der Fußgängerzone. R. kündigt den Abrüstungsvertrag und sie rüstet in Nordkorea auf. S. flüchtet übers Mittelmeer und sie lässt S. in Italien nicht an Land. Was tun wir mit dem Gott in uns? Wie viel davon bekommt unser Ich mit? Wir müssen unser Bewusstsein schärfen. Wir alle. Er, sie und es ist die Liebe. Wir müssen der Liebe mehr Raum geben. In dem Moment, wo ich dir Liebe sende, kannst du kein böser Mensch mehr sein. Genau in dem Moment, wo die Liebe bei dir eintrifft, wirst du dir aller Schandtaten bewusst und bereust sie. Und ebenso wird in dem Moment der Anteil Gottes in dir größer. Du kannst dem Gott in dir, der den Abrüstungsvertrag kündigt, keine Schuld geben. Nicht Gott, sondern dein Ego war zu groß und hat Gott eines Schlechteren belehrt. Ich musste auch nicht der irrigen Annahme unterliegen, dass ich Gott in mein Herz lassen sollte. Gott war schon vor mir in meinem Herzen. Mein Ego war allerdings so groß, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen war. Jetzt ist Gott eingeschlafen und schnurrt. Er, sie und es sind sehr glücklich und zufrieden. Ab und an blinzelt Gott mich an. Es ist gut, was du gerade schreibst, schnurrt Gott. Ich denke an dich, der oder die du diesen Text in diesem Moment liest. Und ich frage dich, ist dir er, sie oder es in dir schon aufgefallen? Hat er, sie oder es auch genug Platz neben deinem Ego? Hast du es Gott in dir gemütlich gemacht? Dein Ego kann ja mal darüber nachdenken. Text von Susanne Albers 2019 Text von Susanne Albers 2019